D auf den Berg oben drauf. Hey, bist du gerade? Ja, 3 Minuten ist vorbei. Sinnloseste Folge ever, Alter. Der ist ja noch sinnloser als das mal. Hey und herzlich willkommen zur siebten Folge von Minecraft Revenge 3. Hallo! So, mal gucken ob die Folge jetzt noch sinnloser wird als die Folge letztens. Einfach nur dumm rumlaufen und Zuckerrohr farmen. Suchen, finden, nicht finden. Uns gegenseitig finden. Wird schon ganz, ganz crazy. Bist du ready? Bin ready. 3, 2, 1 und drauf. Ich stehe hier irgendwo um nirgendwo. Ja hier, mein Boot ist drin. Hey, ist der Zuckerrohr? Wir haben Zuckerrohr. Ich habe Zuckerrohr. Wie viel? 6, glaube ich. Na, ich habe Villagerdorf. Jetzt bau kaputt. Doch. Man muss die Schutzzeit nutzen. Okay. Hast du ein Zuckerrohr gefunden? So schnell wie er denn nie herkommt. Seitdem er einen Shader ausgeschalten hat. Auch so, er macht den Shader aus und zieht Zuckerrohr. Ja sicher. Wie viel? Wie viel? Ich habe einen neuen Zuckerrohr. Was? Eins, aber man muss das halt auch noch wissen. Das ist nice. Neun Zuckerrohr. Ja. Ich bin in einem Sumpfbio. Wenn man da kein Zuckerrohr findet, dann... Was? Ja nicht. Dann wird man ja geschlagen. Ich bin am Arsch der Welt. Ich glaube, ich sehe aber davon den Sumpfbio. Okay. Ja, wenn es 1000... Noch mehr. Noch mehr Zuckerrohr. Ja, nice. War vielleicht keine dumme Idee, den Shader ausschalten. Ja. Am Schluss bist du schon an 10.000 Zuckerrohr vorbeigelaufen. Ja, noch mehr. Also eben gleich 300. Wie viel brauchen wir? Dann machen wir einen Stack voll mit Zuckerrohr. Ich gehe so lange zum Villagerdorf und hole immer Essen. Mies. Snipe zu einem Bogey. Ja. 35 schon. 35 Zuckerrohr? Ja. What the fuck, Alter. Jetzt können wir uns richtig schön auf Broad hochhauen. Brauchen wir nur noch Dias. Mhm. Und Leder haben wir genug? 2. Hm? Ich habe 2 Leder. Ja, 3 Hasenleder bringt das was? Warte mal. Ne, Hasenleder bringt gar nichts. Wie? Irgendwas muss es ja kriegen. Wir brauchen ja Kühe für Leder. Wir haben nur 2 Leder. Was macht man dann mit Hasenleder? Keine Ahnung, nichts. Alles einfach nicht. Sie fragen was man damit macht. Nix. 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 Ey, ich habe gedacht du bist nicht ein Aggro. Dann ist hier halt ein Aggro. Nix. Alex, kommst du zu mir? Ja, ich habe mir das Deck zugehört schon. Was? Alter. Ich wollte auch kommen Creeper, dass er ja schon sieht. Nur Zocken. Oh, Alter, wo ist es jetzt für lag? Was denn? Alter, ich wäre von irgendwas beschossen. Hacked by Kiwi? Oh, lol. Lol. Kriege ich das? Lol. 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 Was denn? Nicht sterben, gell? Ich wäre einfach beschossen von irgendwas. Ja, Warhack. Kein Skelett, ich sehe keins oder irgendwas? Aimbot Warhack. Ja, ja. Also Linienplatz, tja. Ich habe mehr als ein Stack zugereitzt. Hammerhopstacks. Ja, dann kommst du zu mir oder ich komme dir ein Stück entgegen, keine Ahnung. Ist jemand drauf? Soll ich noch mehr mitnehmen? Ha? Soll ich noch mehr mitnehmen? Nö, reicht. Ehm, okay, dann gehen wir eher zu dir. Und nimmer machen. Reicht, sagt er. Ich habe zwei Leder nur. Leder kriegt man doch nur von Kühen. Ja. Und dann? Wenn du zu mir kommen würdest, wäre echt nice. Ja, war die Renni. Ich glaube, ich da hinwoll. Minus 1700. Und 1000. Jupp. Die sind mega viele Schafe. Ähm. Den darf man nicht benutzen, oder? Ähm, Eier. Nein. Ist ein rohes Fleisch, aber es macht nicht so ziemlich genug anderes. Mit vier Hasenfällen kann man Leder machen. Echt? Mhm. Okay. Ja, dann braucht es nur eins. Mhm. Ich habe auch eins. Ne, ich habe keins. Ich habe nur zwei normale Leder. Es sind aber schon mal zwei Bücher. Und jetzt vielleicht mal hierher kommen würde, das wäre echt nice, Alter. Ja, ich komme ja schon mit dem Boot. Zu dem Lava, okay? Hä? Was ist denn für Lava, Alter? Siehst du auch immer hin? Nein. Hier ist nicht mal ein Fluss in der Nähe, wo ich bin. Bei mir ist... Was? Das ist einfach nur eine weiße... Also eine Wiese ist das hier. Eine großfleckige Wiese. Wo bist du? 1.800 und 1.000. Hä? 1.800, du bist bei minus 400. 2 ist schon minus, oder? Ja, ja. Von der Richtung, ja? Ja. Wow, nice. Wir haben zaubert. Wir sind circa 600 Blöcke entfernt. Geht mal hin. Treffen wir uns bei... Bei 1.000. 1.000. 1.000. 1.000 und 1.000. Minus 500. Also minus 1.000 und minus 500. Nein, nein, nein. Besser wäre... Warte, das ist ja cool irgendwie. Wir sind bei minus 1.700. Hätte wir schon blöd. Wie 1.000? Minus 1.700, hä? Kaum. Du bist halt bei minus 1.700? Ja. Und die zweite Zahl? Minus 415. Ja, da seid ihr doch gleich da. Da laufe ich euch mal ein Stück entgegen. Oh, da sind Pfeile. Oh ja. Da müssen wir nur noch Kühe irgendwo noch ein bisschen vielleicht filmen. Wir haben gerade eine Crew abgestockt. Nice. Und die Kaninchen. Ah ja, du biedest gerne mal aus, was du bis heute kriegst. Ja, nur vier. Ah ja, vier. Das geht. Vier Kaninchen hast du da. Okay. Alex, wo bist du gerade? Wir sind ja in so einem Winter wie oben ohne Schnee. War das nicht gerade früher bei 1.000 Häschen? So ist doch was. Ja. Wow. Irgendwo. Was mach ich denn für Scheiße gerade? Äpfel. Verdammt. Wir haben ja kein Gold. Ja, 6. Ja. Okay, guck auf den Daumen ist gering. Ja. Alex, wo bist du koordinatenmäßig? An. Ups, spring schon. Minus 1.700. Und minus 500. Gut, da komm ich hin. Bleib dort. Ja, okay. Bin ja gleich dort. Oh, oh nice. Rechnen. Rechnen. Wenn man sie anfängt. Mhm. Dann nochmal gleich. Ja. Ja, du solltest mich nicht übersehen. Ich hab so viele Tausend. Hilfen. Ich bin bei minus 500 und 1.700. Ja, bei 1.750 und minus 530. Hey, bist du genau anders drum? Oder wie immer? Bei minus 1.750 und 480. Ja, dann noch bei, statt 480, 530. Hier da unten ein Crafting Table. Ja, schaut gut da. Und da aus dem Ö. Ne. Ne da? Ist da Winterbion? Ja, Winterbion ist da oben auf dem Berg, ja. Ja, wir sind da unten bei den Darkwood. Hä? Hä, bist du bei beides minus? Ja. Hä? 1.720 und minus 480. Beides minus. Ja, ich geh auf da. Minus 530. Was, die erste Zahl? Minus 530? Nein, die dritte. Ach Jungs, ihr macht mich schwach. Er ist einfach göttlich. Boah, hier geht's runter? Bist du oben auf dem Berg irgendwo? Nein, oben im Darkwood. Ich bin jetzt auf minus 520. 540. Das gibt's ja nicht, ich baue jetzt einen Cobblestone-Dum, gell? Er ist nur noch 20 Blöcke entfernt. Und wir finden uns nicht. Jetzt bin ich bei minus 540. Siehst du einen Cobblestone-Dum? Warte, ich baue mich auch mal hoch. Wahrscheinlich 10 Blöcke neben dem Battle sind's. Ich bin ja oben. Ich bin ja oben, nicht in der Schlucht unten. Ich sehe aber eine Kuh, die werde ich mir aber jetzt holen. Hä? Hast du den riesen Cobblestone-Dum? Nein, nicht. Ja, so halb auf dem Berg, so im Zwischenteil. Ja, ist... Siehst du Darkwood? Ach, siehst du Wasser irgendwo? Siehst du Darkwood? Ich sehe drei Bäume, ja. So vier. Ganz full Darkwood. Geh jetzt einfach hoch auf den Berg, Alter. Ja. Ihr habt jetzt einen riesigen Cobblestone-Dum schon gebaut. Geh auf minus 1.750. Ich bin gerade bei minus 1.600. Ich baue mich jetzt hier hoch, Alter. Leute, Leute. Minus 1.750? Jetzt klappt ein 1.000. Aber ich kann dort so viel. Ey, das gibt's doch nicht, ey. Dass wir hier aneinander vorbeirennen. Boah, Makar. Das ist ja komplett in die andere Richtung. Was? Komm du mal hier rüber jetzt. Wo denn? Ich steh oben auf dem Berg. Bei minus 1.600. Wir sind bei minus 1.700. Ja, dann lauf mal dahin, bitte. Ja. Und dann? Minus 1.600 und 500. Minus. Du brauchst nur kurz ausgehen. Siehst du vor dir einen Berg? Einen Schneeberg? Ja. Ja, da oben drauf bin. Alter, ich hab so irgendwie nicht angebunden. Wo bist du da? Der macht so 100 Becken. Alter, das gibt's doch nicht. Ich bin bei 1.000. Minus 1.500. Minus 1.500. Was machst du? Ja, da oben drauf. Schön weit, oder? Ich steh oben auf dem Berg. Ey, das ist so eine sinnlose Folge, ey. Ey, das ist grandios. Wie ihr und ihr. Das ist mir wurscht, der Haus. Du brauchst ja Leder. Ich hoff da jetzt den Buben. Ich hab vier Leder. Wir haben vier Buben. Er hat zwei. Minus 6. Das heißt, wir haben sechs Leder. Minus 1.600. Und minus 470. Hey, ich muss das passieren. Ja, der, der, der Berg da drunter. Dahinter. Die aufm Berg oben drauf. Hey, bist du gerade? Ja, da auf dem. Dann geh halt. Ja, drei Minuten ist vorbei. Sinnloseste Folge ever, Alter. Das sieht ja noch sinnlos aus, dass wir ein Ding angefunden haben. Meine Fässer. Hä? Ich nehme mir gleich die Rosen mit. Alter, beweg dein Arsch jetzt hier hoch. Ich bin ja eh schon da eigentlich. Da bist du... Oh, bist du behindert. Behindert, Alter. Ich nämlich. Warte, willst du mal braten gehen, was? Ja, du braten sind schon fleißig. Warte, Rajo. Gib mir mal bitte Zucker vor. Ja, warte, ich gebe dir einfach den Holm. Ja, danke. Ah, wie geil. Hey, fress die Mutter, Alter. Das war ja grandios grad. Ja, das ist grandios. Was ist da so für sexy Essen? Ich glaube, jetzt hab sie nur Essen. Warte mal, schauen wir mal. Jetzt holst du mal Leder. Ich hab Leder, ich hab vier Bücher. Ja, wie hältst du? Warte, gib dir einfach meine Leder, oder? Ja, die. Warte. Du kannst schon mal verzaubern deine Brust, Alex. Mhm. Protection, Ernst. Ja. Entschuldigung, den Rest hast du schon verzauern. Hm. Das Lapis. Ups. Bist du jetzt eingesammelt. Hinter dir? Ja, was? Was ist hinter dir? Nix, nix. Der Lapis. Kannst du versuchen, ob der Schwert auf Feuer geht? Ja. Ja. Das ist das nächste, was wir machen müssen. Scharpness? Klar darf man Feuer machen. Ich hab das eins. Ich hab nichts drauf auf Schwert. Wie, aber bei mir Scharpness. Was soll ich denn machen? Scharpness. Scharpness ist okay. Okay. Aber ich hab nicht mal Scharpness drauf. Ja, wow. Kannst du mal einen Amboss machen? Ja, warte. Was? Die Aufnahmezeit ist in einer Minute vorbei. Okay. Machst du mal schnell Amboss? Ja, mach Amboss. Ich räum dann erstmal hier mein Inventar aus, ey. Hopp an. Bam. Wo? Da, danke. Kein Problem. Ups. Musst du Federn? Ja. Gib her, Mann. Kann. Kann grad nicht. Ich hab grad Brot 2 gemacht. Cool. Alex, 30 Sekunden. Jo, mach mal. Danke. 2. Ja, wow. Das ist besser. In der Fall schon. Nice. Wolltest du mal her, Scharpness 2? Oder? Boah, Brot 2, Alter. Wir haben so viel Zuckerrohr gefunden. Wie göttlich, ey. Boah, nice. Leute, das war eine sinnvolle Folge, würd ich mal sagen. Hätten wir uns früher getroffen, wäre alles ein bisschen besser gegangen. Aber ich glaub, so passt das auch ganz gut, oder? Ja, das war schon mal gut im Gangstersel Folgen. Jo, gut, Leute, dann haut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge und ciao. Danke fürs Zuschauen. Falls dir die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls du nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.